Hallo Doris, wie geht's? Ich habe gedacht, dass wir heute ein bisschen über Kunst reden könnten, wenn du willst. Ich weiß, dass du Kunst und Schönheit und Lernen liebst. Deswegen habe ich gedacht, dass ich möchte dir heute von einem der berühmtesten Maler der Kunstgeschichte erzählen. Und das wäre Picasso. Pablo Ruiz Picasso wurde 1881 in Malaga, im Süden Spaniens, geboren. Er war ein Andalus und er starb in Mujan, Frankreich, 1973, als er 92 Jahre alt war. Und er malte bis zum letzten Tag. Ich sage das, weil heutzutage viele Leute denken, dass die alten Leute nicht nützlich sind. Und ich glaube, dass das sehr, sehr falsch ist. Und Picasso ist ein gutes Beispiel dafür. Und so war mein Vater. Und viele alte Leute, die ich kenne. Picasso hinterließ mehr artistische Arbeiten als jede andere Maler. Und sein Beitrag zur Kunstgeschichte ist entscheidend für das Verständnis der Kunstgeschichte und auch der aktuellen Kunst und unserer zeitgenössigen Kultur. Zum Beispiel das Hemd, das T-Shirt, das ich heute trage, hat mit Picasso viel zu tun. Und da ist sowas. Untertitelung des ZDF, 2020